moin liebe leute es ist eine neue woche und neue woche heißt neue runde für das kollektiv und diese runde ist wunio für die woche wunio liegt auf der seite das heißt also diese woche ist es wichtig unsere glückseligkeit unsere freude und unsere innere harmonie und ja freude aufrecht zu halten und dafür zu sorgen dass das für innere freude erreichen und das überlegen was macht uns glücklich was bereitet uns freude und dass die zwei halt verstärkt tun je nachdem was halt die woche passiert vielleicht können sachen passieren die diese freude eben versuchen zu kippen dass wir nicht mehr glücklich sind das gilt es zu beachten dass man dann trotzdem seine freude aufrecht erhält also innere freude waren und innere harmonie und balance das ist so das was wir diese woche erreichen müssen und auch erhalten die innere freude also dann danke fürs zusehen danke fürs zuhören habt alle einen wunderschönen tag und eine noch schönere woche und falls euch das video gefallen hat lasst gerne ein like da und abonniert den kanal falls ihr das nicht habt und ansonsten sage ich bis zum nächsten video bis zum nächsten video